Wollen wir in die Stadt noch? Ja. Ah, jetzt komm ich drauf. Wir können ja mal reingehen. Jetzt können wir mal Hallo sagen, zum Kiosk laufen, oder einen Döner essen. Nein, warte mal, lass mich noch. Ein Bierchen holen. Bronzebeard gay? Fragezeichen. Das kippt bei dir. Das tut es bestimmt so, oder? Nicht ein anderer Typ. Das wär immer krass, das ist ein anderer. Stimmt, das wär echt cool, ja. Aber leider bin ich jetzt selber. Bronzebeard gay? Was ist das denn? Ist ja einer nachgejoint, ne? Das ist ne Frage an euch alle. Ah, schon bist du fortgespunnt. Ist ja einer nachgejoint. Ne, ne, das bin ich. Wird zu cool. Ernsthaft? Ja, das ist ne Frage an euch, wie's lesen. So, okay, ich hab's. Hey, bezieht auf mich, welche Sau. Aber wir zurückschießen. Ah! Was, ah! rumzuschreien. Wenn nix los ist. Nix los ist. Nix los ist. Na mal. Aber wenn ihn dann abgeht, ne? Scheiße. Schatten niedrig. Da kommen wir rennen schon mal runter. Okay. Macht die mal. Dann rennen wir mal alle. Komm nach. Elektro rein. Kann ja nur schief gehen, ne? Aber wo seid ihr denn gerade? Seid ihr schon runter? Ja. Ja, wir sind jetzt in der Stadt. Ihr seid schon drin? Ich dachte, ihr wartest mal, wie ich gespawnt bin. Diese Frame-Einbrüche, ey. Ne, ne, der Polizei-Wacher. Na, dann bin ich auch nicht da. Na, warte mal dort. Alter, wie schlecht ist die Qualität all, ey. Alter, ey. Ist ja unglaublich, ne? Das sind die Inglourious Bustards. Das sind die Inglourious Bustards. Da sind die Inglourious Bustards. Da sind die Inglourious Bustards. Da sind die Inglourious Bustards, wo dann die campen. Pff. Das ist nicht richtig ein Camper. Hm. Zwei Frames, das geht, kann ich nicht kämpfen. Geht nix, Jungs. kämpfen kann man da echt nicht gut alter was wird meine grafik los ist nicht nur deine vielleicht bist du auf standard einstellungen gekommen ja schon mal geschafft ja das ist scheiße bis du dann wieder das richtige findest dass es abgiftfrei geht seid jetzt gerade bei der polizeiwache in der nähe herr ich bin gerade bei der polizeiwache dann kommt mal her ja ich bin unterwegs ich bin bei den garagen da ist eine garage offen ich bin der typ der die garage gerade aufmacht blutbreed case der ist bei mir gerade komplett weiß er kann die texturen gerade nicht da hat er bei mir hingeschrieben bei mir sind die ganzen alten weiß die blauen zumindest das ding hier was vor dir liegt das ist bei mir jetzt jetzt ist blau geworden okay wo wollen wir hin feuerwache oder die andere welche feuerwache ja polizeiwache sind wir bei der kraft weg oder wird also polizeiwache okay das gelbe da oder hier ist voll koordiniert das das gebäude hoch hochnehmen kann sich nicht spielen hier jetzt hier schon wieder ein paar seiten ist wieder alle in gerannt hier ja da hinten rum wo seid ihr ja rein richtung er war in der stadt wo bewegst du dich mein freund warum bewegst du dich ja aber in der stadt was ist mit dir los alles bewegt sich er liebt dich er wird mal gern mit denen durchziehen glaub ich glaub auch schauen wer es länger schafft oh wie friedlich ja das ist echt ne klasse da läuft der drango glaub ich auf die polizeiwache oder wer ist das oh das ist ein spieler 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 kontakt ab ins haus spielspieler tot komm her du bist zombie keine zeit für einen neuen spieler ach ich hab meine achse noch gar nicht grün gefärbt hey was soll denn das wir hatten noch eine spraydose da antwortet wieder keiner wenn man mir was hergeben soll ja ich hab eine ich bin nicht da ich hab keine ich hab meine spraydose oben in der bude gelassen scheiße ich hab doch gesagt ich hab dir schon meine schwarze gegeben vorhin ja das hat's auch recht wo ist meine schwarze die steht aus draußen um die warum darf man nicht cheaten sagt der server hier ist ein medkit wenn jemand braucht und eine feuerwehr axt da kommt ein zombie wo rennen denn die zombies hin nicht logisch ein kompass hast du ihn hingeschmissen oder was ne da lag noch einer hab mir den besseren genommen alter das war ein zombieschlag ich hasse dich er war von uns voll den in die fresse bekommen ich werde voll aufs maul bekommen auf einmal manche gar nicht sich aber echt angehört wie ein schuss da ist ein schuss da ist ein schuss wer ist das der mit der gelben jacke ist ein feind elbe jacke ich hab kein gelbe mit dem roten rucksack steht da einer wo ist der denn der ist hier sofort an der tür ja das bin ich hier ja der ist drin hier direkt 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 vor dir geht er weg oh ich bin an kein schuss scheiße mann ja ich hole dich gleich wieder warte wo ist der der ist direkt unten an der tür eingang feuerwache weggerannt der macht eine runde glaube ich ja ich sniper ihn jetzt dann wenn er kommt wichser ey ich hab gar nicht gecheckt worum ist er weggerannt keine ahnung ich hab den nicht gesehen das haben wir die folgt ihm ihr müsst mich mal covern damit ich den bandagier jetzt ja ja mach dir ja komm mal einer nach unten ich versuche ihn zu snipe an mach die tür zu wo ist denn der was ich das bin ich das bin ich ich glaube der ist abgehauen der typ ne komm covert mich mal einer hier ne ich komm runter ja ich vertraue mich jetzt auf euch ne sonst einer muss eingang decken jo vorsicht zombie hier hinter dem zombie mach mal erstmal zombies sauber ja mach dir mach dir mach dir mach dir ich hab kein wo ist sie wo ist sie please help das maul ja mach mal die zombies hier weg ja plan ist ja schieß doch einfach mach das mal komm 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 schieß doch einfach was macht ihr was macht ihr denn da unten ich muss nicht oben wenn der jetzt reinkommt ne schieß doch alter schieß doch die scheiß zombies weg schieß Junge der ist ja eh schon der Wurst der weiß doch unsere position eh schon dann raus ich dachte nur an andere nicht so jetzt jetzt muss mich einer kam an ich werde den Bandagin ich sehe den Spieler nicht ich beorte ihn schon die ganze Zeit weil ich versuchte die andere Seite ich nehme die hinterher der Tür ah der ist wieder da roll dich mal wieder rein geh mal komm mal rein komm hier hin zu mir ich bin oben in der Tower kannst du komm 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 hier wo die Treppe ist wo die Treppe ist wo die Treppe ist und jetzt kommt muss eine Eingang decken nicht dass er reinkommt so ein Arsch Apply ja warum geht das jetzt so aber ja dann kriegst du jetzt ne Salim back von mir noch ja danke hinter Eingang aufdecken ne ja komm mal runter ich komm runter was hatte der denn für ne Waffe eigentlich ey ein 4 oder ne SKS wo blutest du denn noch ne ist meine Sporta glaub ich blutest du noch ich blute immer noch ja warum denn warte ich leg dir mal hier Bandagen hin das war sogar ich hab auch ich hab auch warte das war eine Sporta aber sonst hätte ich mir Schaden gekriegt da draußen liegt doch schon ne Leiche ihr habt ihn doch schon gekillt bitte nicht bewegen echt natürlich ah jetzt I'm no longer bleeding das war der nicht das war der nicht der hat einen roten Rucksack nein der hat einen roten Rucksack geht da weg der ist der sieht gelb aus so komplett gelb gekleidet ja der hat eine gelbe Jacke aber einen roten Rucksack noch mit M4 warte jetzt noch Salimbeck warte ja dann ist da noch ein zweiter Spieler ja der war nicht alleine ne der mit der gelben Jacke der liebt doch da unten ja und mehr hab ich auch nicht gesehen warte beweg dich nicht nicht bewegen nicht bewegen mehr hab ich auch nicht gesehen wer hat den erschossen also ich hab mit der M4 draufgehalten aber ich weiß nicht ob ich ihn getroffen habe ja weiß ich auch nicht ja mit dem roten Rucksack hab ich da keinen gesehen nicht bewegen doch der stand mit dem roten gelben Jacke noch der ist doch der mit der gelben Jacke ja aber roter Rucksack großer Backpack genau wie Bronze machen wir hier die Tür auf habt ihr doch Salim gegeben ich laufe mal einmal um die Feuerwache nicht abknallen mach das nicht der wird dich abknallen glaub mir erst wenn wir fertig sind ähm Bronze warte mal warum gibt der dir kein Salim warte doch jetzt mich hat gerade einer bewegt ja ich komm wieder rein hey hat geklappt ja alles klar danke mhm super alles erschossen beim Borussia danke Major du brauchst ja bei dir alles erschossen ehrlich äh so so ich denk mal einer geht wieder hoch und ich geh mal ich riskiere es mal raus zu laufen haben wir den zweiten Spieler gesehen ja die waren beide wir können kurz checken ob hier alles der ist auf jeden Fall noch in der Nähe der geht nicht weg mal kurz nachladen jetzt schön das Bild noch gemacht ja ich geh da nochmal hoch und schau von oben ja geh du mal hoch ich werd rausgehen gleich Rosse kann mal die Leiche schauen ob er sich was nehmen kann ähm ich denk mal Wolfander kommt mit mir ein roter ich hab keinen roten damit der wenn wenn schon einen von uns kriegt und äh der andere draufhalten kann der wird aber irgendwo in der Nähe im Haus sein bestimmt dann warte Bango geh mal weg hier bist du sicher dass das einer war nicht dass du mich irgendwie gesehen hast ich bin mir hundertprozentig sicher dass das einer war ich hab doch auf den geschossen der ist doch deswegen weggerannt aber ich glaub der ist nicht ab drango steht hier draußen alter sag doch was ich hab gesagt ich geh raus und was hat die Leiche für ne Waffe ich lade nach ich lade der ist hier in der Nähe irgendwo ey jetzt wär ich tot gewesen der ist nicht tot warte mal check Puls ne er schießt er schießt war das jetzt ist er tot ah ok jetzt hat er keinen Puls mehr na der hatte noch einen Puls ok ne Sporter hatte der ja jetzt ist er echt tot gewesen weil der hat mich voll erwischt ah gut der hat dann eine Hose die ja die hab ich natürlich gerade ich sag noch immer da war kein zu kein neuer spiel aber wenn der Major meint ich hab nur einen gesehen ich bin hier hundertprozentig nicht erschrecken ich bin hier keine Sache woher tippt denn dann hängen die da ran ich lauf jetzt mal um die Feuerwache ich schau mal zur anderen Feuerwache kurz rüber wo seid ihr jetzt ich bin noch in der Feuerwache ich renne jetzt wieder raus rechts neben den Feuerwehr ich bin ganz oben in der Feuerwache werfen ich komm wieder rein ich komm wieder rein ich komm wieder mit dem roten Rucksack ich glaub das war ich glaub du meinst immer noch das ist der Bruch gewesen nein nein der hatte eine gelbe Jacke und einen roten Rucksack ich hab auf den geschossen vielleicht sogar getroffen weiß ich nicht ich schau jetzt grad mal einen Sniperberg hoch aber ah dann weiß ich das nicht weil ich war ja nein du standest doch vor mir du standest vor mir ach ja deswegen hab ich auch fast dich getroffen und bin komm rein hm hm ob der weggerannt ist einfach ey gut dass ich es überhaupt gecheckt habe ey ich dachte er ist ein Zombie gewesen ich glitsche mal ganz schnell nach draußen er ist bestimmt hier an den Containern irgendwo ey oder so hm hinter uns meinst du ja kann sein ne schau ich mal der wird nicht hier weglaufen das weiß ich der wird nicht hier weglaufen das weiß ich der wird raus ich bin jetzt ganz oben auf dem Dach nicht erschrecken der ist noch nicht ganz oben auf dem Dach da rennt gerade einer zu uns oder ist ja einer von uns draußen grüner Rucksack schießt nur wenn er einen roten Backpack hat und keinen roten Kopftuch schießt nur wenn er einen roten Backpack hat und keinen roten Kopftuch schießt nur so eine unnötige Backpack hat dann ja dann lass mal Positionen wechseln oder natürlich hier raus ist es total sinnlos ja wir müssen hier raus ja das Ding ist Elektro halt der wird in den Häusern campen das ist mir auch nach pro sicher ey irgendwo gehen mal rücken checken oder so ja wir können ja noch chasen wenn ihr wollt das könnt ihr euch jetzt entscheiden natürlich wir holen uns den wo seid ihr denn gerade alle an den Containern bin ich ok ich bin grad bei der Leiche von dem ich versteck die mal schnell ich nehm noch SKS Money mit für dich ob der hier im braunen Haus ist oder so ich hab noch SKS Money für dich mitgenommen ich guck mal ich guck mal mit der M4 rein wir können jetzt auch hinten einen Containern kann ich hier durchgehen ja wo ist der denn gerade das war kein Spieler nein mehr als 100% guck mal ich spielte nochmal 100% die Aufnahme der Spieler mit dem roten Rucksack stand genau vor mir am Haupteingang ich bin hinter dir bei ich hab nur den einen mit der gelben Jacke gesehen dann hab ich gedacht das ist der Bronze und dann als du gesagt hast das ist ein Gegenspieler den anderen mit dem Baby Rucksack hab ich gar nicht gesehen der im Haupteingang wo wir reingekommen sind war der mit dem mit dem kleinen Rucksack hab ich gar nicht realisiert das war der ja aber es gab noch einen mit der M4 gelbe gelbe Jacke und roter Backpack auch und der dich gekillt hat Bronze war derjenige aber hat jemand mit dem M4 geschossen ja das war der nur die Sport dann mitbekommen nein nein das war die M4 komisch ist bei mir wir waren zwei Typen dann ah meine UK West ist Ruins seh ich gerade hat er mich doch erwischt ein bisschen sonst hab ich die Leiche schon versteckt dich voll liebt aber der Inhalt ist nicht kaputt bei mir ist auch nur die Autumn Spring Pants hier im Arsch sie spricht eben irgendwo in den Häusern oder so ey komm wir gucken mal durch die Stadt weiter hier oben ist nichts im Gebäude was sag doch mal gib doch mal Angaben und nicht einfach blöd rumschreien in Richtung Halle 4 in Richtung Halle 4 bei den Containern dahinter da steht welche auf dem schwarzen Dach 3 Stück ach der Scheiße 3 Stück welches schwarze Dach sag mir welches schwarze Dach schwarzer Haus ey das sind wir ja das sind ja auch wir das seid ihr im Tillich ne das sind wir nicht der meint außerhalb die Feuerwache außerhalb das sind wir doch ne das sind wir nicht das sind wir nicht das ist schwarze Gebäude hier das sind wir ja gut das sind wir ja gut das sind wir seid ihr nicht mehr in der Feuerwehrwache oder wie machen wir QEQ wir sind hinter der Feuerwache ihr seid in der Feuerwehrwache nein nein schlange nicht mehr ok dann ist ok boah schau dir doch mal die Typen an und dann siehst du wer wir sind du weißt ja schon langsam wie wir ausschauen ihr standet hinter nem Baum wo soll ich das denn sehen boah ich dachte schon komm lass mal in die Stadt oder hier weg wir brauchen hier nicht campen ey lass den gelben holen ohne Scheiß wir müssen doch mal einfach mal anschauen wie ihr ausschaut ja wir gucken ob wir den finden kommen ihr standet hinter nem Baum ich hab nur Füße gesehen und ein Zombie der irgendwo hingelangt ist Tom Beker zu uns und ich habe mir jetzt ausgestoßen und dann werden wir ins Zombie mitgenommen in dem wir so viel Panik sind die Beule das ist ein neuer Kollege sie hier aufgepasst vielleicht hinter der Mauer oder so hier ja wir schauen schon ich glaub nicht auch oh Alter diese Frames man ey glauben die mir nicht dass da noch ein Spieler war ey ne glaub ich ihn auch noch nicht man ich muss das glaube ich echt mal einfach ja sag ich dir wie gestern schon gesagt ja aber dass da ein Spieler war ne da kann ich um eine Million Euro wetten dass da ein Spieler war glaub ich den nicht hm also ich hab's aufgenommen ne so könnte man theoretisch mal gucken ja genau super das zeigst du direkt das ist auch aufgenommen aber da ist keiner da ist nur der Typ den ich gerade gesehen hab na guck mal ich hab ja auf den geschossen warum soll ich denn nicht wissen wer das war du bist wahnsinnig geworden hm wie Tommi ne ich war's nicht äh Tommi ey ey kennst du noch dein Thumbnail ich war's nicht ja das war so geil ey ne 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 der Polizeiwache das hat sich echt gefeiert das Ding ey ja ja also ich weiß nicht hin oder was ich gesehen habe ich weiß nur dass äh der einer da halt stand der ist reingekommen hast du einen mit der gelben Jacke gesehen hast du einen mit der gelben Jacke ja ja das war aber der andere mit der gelben Jacke hat mich doch abgeknallt da ja und ne ne der hat dich mit der M4 abgeknallt das waren M4 Schüsse alter Thorsten ey alter Thorsten ey alter Thorsten ich schreck mich hier zu Tode alter ey weil der da auf einmal unten rechts in der Ecke hockt ey ich schreck die Tür wer ist denn der da ganz oben auf dem Turm bist du Drangle das ist der Ecke der hat sich ausgelockt du hast sich ausgelockt du bist ganz ganz oben auf dem Turm gerade du bist direkt der Sniper zieht jetzt bist du weg ich hab schon gewundert wir sind da so verrückt hehehe ein Outlast hier Thorsten ey na echt ey mach dir gleich ein Draking point wow 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 auf zum Lager 4 vielleicht hat dieser einfach einen schlechten Blickwinkel hat habt ihr nicht gesehen kann auch sein ein Bild von Lager 4 machen hehehe ja ne gar keins gemacht so neue Staffel einleiten oder so weißt du Hauptlager Lager 4 ja so Basis ich will so ein Kackzami da nehmen der eindeutige Beweis wäre gewesen wenn ich gesagt hätte da waren das sind ja zwei rote Rücksäcke wollte ich grad sagen aber hab gesagt na scheiß egal ich hab gedacht ihr habt den ja alle gesehen ich wusste gar nicht dass da einer mit dem Baby Rucksack war das hab ich den hab ich gar nicht gesehen mhm ja ja der hat aber auf mich geschossen dann der war ja drinnen und der hat dann auf mich geschossen und der andere auch der andere habe ich nicht gesehen ja der stand nämlich der stand nämlich draußen das wärs geil wenn so eine andere Gruppe im Lager 4 drin wäre hehehe 4 59ers alter 5 Leute man scheiße hier ist unser Lager besetzt da müssen wir jetzt mal gucken gehen Wichser so Lager 4 muss ich mal ein Bild machen aber Beweis genug ist ja schon dass die Gelbe Jacke von dem Typen komplett schrott war bei dem war ganz pristine ja ich schau jetzt gleich jetzt nochmal auf hier glaubst du was denn hehehehe ne ihr glaubt nicht ich hab auf den geschossen und ihr glaubt mir nicht du bist auf Geister geschossen und du wolltest einen Bruder abknallen hab ich mich schon mal mit dem hab ich mich schon mal mit dem Gegenspieler irgendwie geirrt oder so bis jetzt eigentlich nie ne ne so drei Bilder gemacht und das passt ja wenn du den da gesehen hast ja klar stand ja drinnen wie gesagt der war 100 pro da und hier liegt noch eine Dose da trinke ich erstmal einen drauf und der ist ja nicht reingelaufen weil ich genau gegenüber dem stand der hat mich ja gesehen mhm genau dann ist er abgehauen sonst wär der auch reingekommen ne ja ich hab wie gesagt ich hab nach draußen hab ich auch keinen Blickwinkel gehabt ne nur von drinnen dann halt ne und der mich dann abgeknallt hat ich stand ja ziemlich links ne konnte nicht nach draußen sehen cool ich hab schon wieder so nen super bug wo ich nix trinken kann jej da musst du leider verdursten Tommi meint hier halt äh alles mit gelb abknallen ne dann da hab ich den gesehen mit dem roten Rucksack gelb dann dachte ich ihr meint den Spieler auch aber da waren dann zwar dann mach ich auch mal ach der hat aber glaub ich keinen Blickwinkelheit deswegen habt ihr den nicht gesehen ich hab jetzt mal wo ich hingeschaut in der Situation oh hätte ich mal nicht auf den geschossen der wäre reingekommen dann hättet ihr gesehen ne schade der Mächer wird schon schon ne tot ne ne nur um den nur um nur um den zu sehen alter was machst du da ey der war so stand's grad so komisch mach nochmal so ok ich schau ja ich weiß sowieso dass ich recht hab der war da 100 pro so ich bin ja wohl nicht blind ey ich bin ja wohl nicht blind ey ist das scheiß was mit deiner Maske ey so warte mal dann auf jeden Fall also meiner war rechts hinter der Tür hinter der rechten Tür den hab ich gar nicht gesehen ich konnte den gar nicht sehen weil ich am hintereingang war mit ner warte was hatte der ich bin warte ich bin warte noch hinter der rechten Tür ich hab die Sicht von der rechten Tür gehabt ja dann könnt ihr den nicht sehen er war ja links mit dem roten Helm ne mit dem roten Helm ne 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 das leider nicht ne ne und dann geh ich nach oben schau da wurde ich angeschossen leicht dann bin ich nach oben gegangen aber da rennen auch nur Zombies draußen rum da ist kein anderer Spieler bei mir noch ne ne guck mal denk denk mir doch mal logisch nach ne rein logisch betrachtet jetzt ich stand ja im hintereingang ne ne und wenn ich sage der Spieler war links an der Tür und ihr sagt der war rechts von euch ich hätte den rechten ja nicht sehen können den hab ich denn dann Hast du ihn in der Aufnahme und hast du gar nicht aufgenommen? Doch, ich habe ihn aufgenommen, aber ich stand links drinnen und ich habe nur den gesehen, der eingekommen ist. Ja, der reingekommen ist, war dieser mit dem Baby-Rucksack. Ja, genau, genau. Und ich hätte den mit dem Baby-Rucksack gar nicht sehen können, weil ich am Hinteringang stand und gerade ausgeguckt habe und er war ja rechts, also ich konnte den gar nicht sehen. Ich konnte nur den sehen, der links stand und der stand genau gegenüber. Und ich habe auch auf den geschossen. Rein logisch habe ich sowieso recht. Ich lock mich mal aus, ich mache mal eben den Rekorder aus, dann rendert er nach, das dauert dann 10 bis 20 Minuten, dann kann ich erst wieder zocken, weißte. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020